Farbcode ist ein Denkspiel für Einzelspieler. Es trainiert deine visuelle Wahrnehmung und deine Konzentrationsfähigkeit. Deine Aufgabe ist es, die Muster, die in diesem Buch enthalten sind, mit Hilfe der durchsichtigen Plättchen nachzubauen. Zum Beispiel, um dieses Bild nachzubauen, benötige ich diese drei Teile. Mit insgesamt 100 Aufgaben mit ansteigenden Schwierigkeitsgrad ist Farbcode ein tolles Spiel für bereits erwachsene Denksportler. Aber auch kleine Tüftler ab 5 Jahren werden ihren Spaß haben.